so meine freunde der sonne einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zum community stream hier auf dem xbox dachkanal ich darf euch recht herzlich willkommen heißen mein name ist eikud heute steht sie auf dem plan der plan ist auf jeden fall wir wollen einen nice raid in angriff nehmen alle sind da lichte den anker okay freunde es kann nur gut werden das ist unser ziel da hinten dieser toten kopf da werden wir jetzt hingehen wohin segeln wir eigentlich jungs ihr habt doch gesagt südwesten oder da ist doch der toten kopf oder bin ich jetzt komplett lost doch da ist er was wo ist die treppe guck freunde genau das meinte ich im ersten moment alles gechillt dann bekommt man auf den gegner so das ding ist ich sage eben ich hoffe die reparieren alle lost alle da und auf geht's kommen in den fight schiff untergegangen egal auf geht's neue runde neues glück die schießen auf uns die schießen auf so wie sieht es aus soweit so gut die nächste welle festungsschlüssel nein ach ja genau so gefällt es mir kiste mit feinen gewürzen nice oh ja da kommt einiges bei rum an cash mal gucken was der umsatz sein wird also was das ausschütten wird diese ganze beute hier bin ich mal gespannt okay keiner hier will die truhe der tausend krux nehmen ich opfer mich komm 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 ich stell den hier ab nice seit dem update ist die harpune dazu gekommen da habt ihr dann auch die möglichkeit in die kisten von land ans schiff zu ziehen ja das kriegt doch bestimmt keiner mit wenn ich da jetzt ein bisschen action mache das war nicht so geplant so da sind wir da umgegangen weil ich natürlich ein bisschen rumspielen musste haben wir alles okay wir sind einfach abgestoßen wie so ein gummiball vom komplett falsche richtung geflogen okay next spot außenposten oder und hier auch abgegeben perfekt okay meine freunde der sonne gg würde ich auf jeden fall mal sagen war erfolgreich am anfang haben wir ein bisschen kassiert aber gehört dazu so okay freunde weiter geht's wir machen jetzt hier den arena modus ok wir sind jetzt in der lobby gekommen wo wir schon mitten im fight sind an die kanon ok wir haben jetzt Und wo kamen die zwei jetzt? Unser Schiff ist auch untergegangen Ich wünsche euch allen einen schönen Abend Ciao Ich wünsche euch allen einen schönen Abend